Jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo, in Witten, hat schon eine Abfahrt gemacht und jetzt müssen wir gucken, wie wir wieder hochkommen und das nächste finden, das ist sehr verzwickt alles hier, weiß man gar nicht wo man ist hier, hier links geht es glaube ich hoch. so Hier, brecht, brecht, brecht. Hier lang. Basti, hier lang. Das ist ja, wo wir gerade lang gefahren sind. Boah, so spitze Steine, heftig. Boah, krass. Ach, da kann man auch lang fahren. Da kann man auch lang fahren. Ich bin da drüber gefahren. Ja. Hammer. Aber wieder so ein Scheißfeld hier. Geht das nicht da noch weiter in die Richtung? Da sind wir gerade, wo wir gerade waren. Ach guck, die Ameisen. Ach, ich stehe die ganze Zeit drinnen. Schnell weg. Wow, wie viele Riesenameisen. Ne, hieß nix. Sieht nicht so aus. Boah, aber dann sind wir wieder, wo wir gerade waren. Was willst du machen? Ne, da ist, glaube ich, nix. Hier ist gar nix. Hier ist gar nix. Oder so riesen Ameisen-Termitenhügel. Komm, die krabbeln schon auf mich hoch hier. Heftig. Ja. Ja. Ja, wieder hier. Boah, alter Schwede. Heftig. Hier sind wir runtergefahren. Hier sind wir hochgekommen gerade, ne? Ne, ne. Das ist ja Richtung Kamm. Ach ja. War das nicht Richtung Kamm, der gerade die Straße, die wir da hochgegangen sind? Hier ist die Straße. Der Kamm geht so. Und hier ist das hier, wo wir lang. hochgekommen, ne? Hier runter. Na links. Ja. Hier runter. Na links. Ja. Oh. � Victorian. Chine. O-ahhh. Alter Schwede. schon wieder heftig richtig Adler gemacht hier heftig ja da bergauf das schlaucht heftig 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 krass ne der schlaucht so und die ganze Zeit bergauf schieben 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 ja da hast du nicht die Wege ach guck wir können es auch nochmal langen guck da hast du hier noch einen Troll der geht da runter einer geht da runter einer geht hier runter hier ist auch mehrere Varianten den Sprung gerade den droppe ich aber nur mal schauen mal schauen der sieht auch gut aus hier ja aber erstmal geht's bergauf der ist noch 100 Meter die nächste haben wir die nächste haben wir eigentlich ist der nicht so heftig ne hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich dachte, wir sind in der Fall zu fahren. Ja, ich dachte, wir sind in der Fall zu fahren. Gut, wir sind hier für links runter wollte. Boah, das habe ich dann heute best. Ja, aber cool. Ja, aber besser als gedacht. Ja. Aber den ganzen Weg für die paar Sekunden heftig. Huh. Ganz krass. Anstrengend. Ja. 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 Ja.